So, herzlich willkommen. Wir befinden uns hier an einem wunderschönen Altarm in Niedersachsen. Und wir wollen heute mal ausprobieren, mit Oberflächenködern zu angeln. Diesen Ködern, den sogenannten Frog-Ködern. Dieser hier ist von Spro, Bronze the Eye, Black Widow das Modell. In schwarz-rot, Doppelhaken mit leichtem Stahlvorfach. Und die Montage ist eigentlich relativ einfach. Kleiner Snapper oben, Stahlvorfach, kleiner Wirbel und dann der Köder. Die Rute, 3 Meter, Softcast Mitsuki von Yenzi. Wurfgewicht 10-30 Gramm, genau richtig, schön weich und hart genug, um den Anhieb beim Hecht zu setzen. Ja, das war es eigentlich schon. Wir schauen mal, was geht. Wir schauen mal, was geht. Wo wolltest du hin? Da vorne genau? Nein, nach links. Da oder was? Genau. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. der regen war glaube ich gut das war letztes mal auch so interessant wir gehen mal nach vorne so machen wir es und es 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020